So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe es gestern Abend ja schon angekündigt, denn gestern war wieder Montag. Chill mit Ramses, der Livestreamer Montag, 20 Uhr geht es da immer los. 21 Uhr war die Verlosung vom Level 40er Account, den wir am Dienstag im Gewinnspielvideo vorgestellt haben. Und ich möchte das natürlich so weiterführen, heute ist wieder Dienstag, deswegen gibt es heute wieder ein Gewinnspielvideo. Ich zeige euch heute wieder einen Account, den ihr gewinnen könnt und diesmal, kann ich es schon dazu sagen, ist die Auflösung nicht am Montag im Livestream, da wir ja am Sonntag nach Nürnberg fahren und dann erst am Dienstag zurück sind, gibt es Montag kein Chill mit Ramses. Es ist also nicht der nächste Montag, wo es aufgelöst wird, sondern erst der Montag danach. Und für alle, die das jetzt nicht verstehen, habe ich mir hier das extra an den Buddy herangeschrieben, 19. Juli, 21 Uhr. Am 19. Juli, 21 Uhr wird die Verlosung sein bei Chill mit Ramses am Montag. Da ist auch der Hannes und der Ismo da, da wird es nur eine kleine Chill mit Ramses Folge geben, aber trotzdem 21 Uhr die Auflösung von diesem Account. Jetzt möchte ich euch den Account erstmal zeigen. Den hat damals der Soko gemacht. Wer den noch kennt, zu Anfangszeiten gab es immer den Soko, der hat ja auch mal ein Lied gemacht für mich, für den Kanal. Der war am Anfang immer da, der ist auch Mod gewesen, seitdem hat plötzlich keiner mehr was von ihm gehört. Genauso wie von Marco und Paula. Alle verschwinden, Menschen werden entführt. Nein, Paula war ja jetzt letztens wieder da, also alles gut. Weil das der Soko war und hatte nur komische Buchstaben drin, habe ich den jetzt einfach Mr. Soko genannt. Vielleicht kennt ihr Mankind, Mick Foley, Cactus Jack, Dude Love von der WWF, WWE. Der hat ja auch immer diese Socke gehabt, Mr. Soko. Ich dachte, Soko, Soko, ja, kann man mal machen. Also, 19. Juli, 21 Uhr ist die Auflösung, die Verlosung. Das ist jetzt wieder ein Level 40er Account, wie ihr seht. Das heißt, ihr könnt XL Bonbons damit verdienen. Ihr könnt Pokestops einreichen. Ihr könnt kein Team mehr wählen. Das war ja bei den letzten Accounts so, dass da noch freie Teamwahl war. Dadurch hatten die natürlich keine legendären Raids, keine legendären Pokémon, kein gar nichts. Die konnten ja keine Raids machen ohne Team. Der hat ein Team. Jetzt könnt ihr kein Team mehr wählen. Aber vielleicht habt ihr ja einen blauen. Und dann könnt ihr mit dem gelben trotzdem euch immer aus den Arenen rauskicken, damit ihr eure Coins bekommt. Und das hat natürlich den Vorteil, dass der Raids machen konnte und dadurch auch ein paar legendäre hat. Was da alles drauf ist, zeigen wir euch jetzt gleich hier. Also, Mr. Socko, WWF, Level 40. Gehen mal hier drauf. Zack. Wir geben zuerst mal ein. Vier Sterne. Und zeigen euch die hundertprozentigen Pokémon, die hier drauf sind. Da sehen wir ein Nidoran, ein Quapse, ein Dratini. Das ist auch der Buddy. Genau. Kann man hier auch nochmal zeigen. Deswegen, das ist ein hundertprozentiges Dratini-Auflösung am 19. Juli 21 Uhr. Ich sag's noch 20 Mal dazu. Obwohl trotzdem jeden Tag dann gefragt wird, was lust du das aus? Ja, egal. Dann haben wir hier ein 100er Merrel, Flurmel, Skobbel, Leufeo zweimal, Parfit zweimal. Ist wohl immer noch das Highlight einfach das Dratini. Deswegen habe ich das auch eben noch als Buddy gemacht. Dann haben wir, wenn wir hier einfach mal so reingucken, Legendär. Ja, was er für legendäre Pokémon drauf hat. Er hat ja einen Shiny Arctos. Er hat ein normales Arctos. Wir können das ja direkt mal so zeigen. Hier, Shiny Arctos. 23.09.2020. Ein normales Arctos. Wir haben einen Zapdos drauf. Äh, ein Zapdos. Noch ein Zapdos. Ein Lavados. Ein Luigi. Ein Lugia. Ein Regirock. Ein Regi-Eis. Ein Shiny-Regi-Stil ist hier drauf. Selve ist drauf. Vesprit ist drauf. Tobuz ist drauf. Und wie drauf die sind. Die sind alle wild gefangen sogar. Regi-Gigas ist drauf. Eins, zwei, drei, vier, zehntausend Mal. Ähm, Giratina. Die fliegende Made ist drauf. Als Shiny. Guckt euch das an. Und als nicht-Shiny. Hm, was da wohl krasser ist. Dann haben wir noch Xenias. Mit 21 Pfirsich. Da sind noch ein paar drauf. Und Evil-Tal sind auch noch ein paar drauf. Weil ich da in letzter Zeit immer so Raids gemacht habe. Was jetzt nicht angezeigt wird, ist Deoxys. Warum? Weil Deoxys natürlich kein legendäres Pokémon ist. Deoxys ist ein mysteriöses Pokémon. Aber, es hat einen bestimmten Grund, wieso da jetzt Selve, Vesprit und Tobuz drauf sind. Es war nämlich damals immer die Idee, dass das ein interkontinentaler, äh, ein kontinentaler Account werden soll. Es wird einfach ein Account, wo alle kontinentalen Pokémon drauf sein sollten. Ist auch geglückt. Alle kontinentalen Pokémon sind auf diesem Account. Inklusive eben auch Selve, Vesprit und Tobuz. Wenn wir jetzt das hier mal weg machen. Die legendären, und gucken uns nur die mysteriösen an. Seht ihr? Oh, das sind ja sogar drei Deoxys drauf gerade. Und hier Darkrai. Ich werde auch versuchen, weiterhin, bis der Account dann verlost wird, jeden Tag den täglichen Raid-Pass wegzumachen. Und das aktuelle Pokémon, was gerade im Raid ist, mitzunehmen. Das heißt, bis der verlost wird, kommen auch Mewtwo's noch mit drauf. Vielleicht sogar ein Shiny Mewtwo, wie auch immer. Denn das Go-Face ist ja am 17. und 18. Der Account wird am 19. verlost. Da könnte ich also auch Mewtwo mitmachen. Ähm, nehm, nehm, nehm. Dann, Darkrai, wie gesagt, Deoxys, das sind Pokémon, die kann man nicht tauschen. Also, die sind fest auf dem Account drauf. Wir können sie höchstens wegschmeißen. Dann möchten wir uns kurz mal die Shinies noch angucken, die hier drauf sind. Hier ist zum Beispiel ein Shiny Raupi. Das ist sehr schön auf jeden Fall. Da freuen sich die meisten Leute natürlich. Shiny Nidoran ist am Start. Arctos, Trattini, Merrill, Azumarill, ganz viele Snubbull. Mein Gott. Da könnt ihr einen ganzen Laden aufmachen. Schwalbini, Stolunior, Plusle, Spoink, Wablu. Mittlerweile ja auch C-Day-Pokémon. Kindwurm, auf jeden Fall sehr cooles Shiny, aber halt auch C-Day-Pokémon. Tarnel, Krypto-Shiny. Kann man ja auch nicht tauschen. Müsstet ihr ja lösen, dann könntet ihr es tauschen. Sogar zwei Shiny-Krypto-Tarnel-Shinies. Riggi-Stilatma, ja, Haspiroi ist noch da. Das Giratina ist da. Das Gommel, der Thierry. Das also die Shinies. Weiß ich nicht, ob ihr davon irgendwas braucht. Ob ihr was interessant findet. Oder ob ihr was einfach nur nehmt und es wegwerft. So wie ein Snubbull zum Beispiel. Weil man das nicht braucht. Und jetzt gucken wir mal generell. Alle Pokémon an, die noch drauf sind. In einer kleinen Übersicht. Was so dabei ist. Ich habe hier auch diese Luftballon-Pikachus. Habe ich gerade zwei gefangen. Fix. Als ich den Raid gemacht habe. Und das nächste die Oxys mitgenommen habe. Ihr habt hier ein paar Krypto-Pokémon drauf. Wulpix, Wulnona, sonst was. Goldbart hin und her. Blutzug. Hier sind ein paar Krypto-Macholo drauf. Krypto-Machomai. Krypto-Fleckmund. Krypto-Magnetilo. Krypto-Nokchan. Wo wir bei den Kontinentalen sind. Porenta ist am Start. Kangama ist am Start. Taurus ist am Start. Hier habt ihr Relaxos. Hier habt ihr sonst was. Ich versuche jetzt nur mal die Kontinentalen rauszuwühlen. Hier haben wir ein Skaraborne. Ist am Start. Hier haben wir Korazon. Ist am Start. Ein paar Lavitas. Bla, bla, blub. Wolbeed ist am Start. Ist ja auch kontinental. Zusammen mit Illumise. Kurdel ist am Start. Was immer noch am... Kurdel ist am coolsten. Weil das dampft nämlich einfach aus dem Rücken raus. Deswegen Kurdel am Start. Sengu ist auch am Start. Ist auch kontinental. Genauso wie Vipidis. Genauso wie Lunarstein. Genauso wie Sonnfell. Die sind natürlich auch alle drauf. Und dürfen nicht fehlen. Ihr habt hier auch Tropius. Was auch gut in der Superliga immer war. Ihr habt hier ein Relikant. Adi dreht bloß nicht auf die Maus. Der hat letztens die Aufnahme beendet. Und ich musste alles nochmal machen. So, Relikant. Ist auch drauf. Sieht immer noch richtig komisch aus. Aber egal. Nehmen wir mit. Und dann haben wir Pachirisu. Was ja auch viele Leute mögen. Wir haben Chalellos drauf. Wir haben nochmal Chalellos drauf. Aber halt das blaue und das pinke. Ihr habt Plauderguy am Start. Der ist auch dabei. Aber der kommt jetzt auch zum Go-Fest für alle. Der ist vielleicht jetzt nicht mehr so interessant. Trotzdem. Venuflibis ist am Start. Die Venusfliegenfalle. Dann Selve Vespretobus. Haben wir ja schon gezeigt. Vecimug. Grill-Mug. Sodamug. Jiu-Testo. Caradones. Sowohl Jiu-Testo und Caradones auch zum Go-Fest kommen. Und dann auch Shiny sein können. Und ansonsten habt ihr hier noch Barschuft. Rot-Barschuft. Blau. Sind auch Kontinental. Maracamba. Kontinental. Simvulara. Kontinental. Ja und das ist... Der Rest ist Mist. Ne, Bisofunk haben wir noch am Start. Bisofunk ist auch noch mit drauf. Furnifras und Vermicula sind drauf. Obwohl, Furnifras gibt es ja mittlerweile jetzt bei uns. Und das dürften, glaube ich, alle gewesen sein. Ja, das waren alle. Und wie ihr mitmachen könnt, eigentlich müsstet ihr es... Wer den Kanal verfolgt, der weiß ja eh immer, wie es abläuft. Schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Gebt an euren Trainernamen, euren Trainer-Code, einen kleinen Infotext, was euch besonders an diesem Account interessiert, warum ihr diesen gewinnen wollt oder ob ihr den als zweite Account nutzt, ob ihr den ausschlachten wollt, als Raid-Hilfe zum Stops einreichen, ob ihr euch die Kontinentalen rüber tauscht, ob euch Shinies fehlen, sonst was. Und als viertes, der Hashtag fürs Video. Und der beträgt, äh, der heißt diesmal Hashtag GoFestHype. So wie es hier steht, weil es ist heute, dass, ähm, die Jubiläumsfeier losgegangen, in Vorbereitung auf das GoFest sozusagen. Die Jubiläumsfeier ist gerade am Start. Ja, die Pikachus mit den Ballons fliegen rum. Ja, die macht meine Post auf. Hashtag GoFestHype. Genauso wie hier geschrieben und natürlich zusammengeschrieben, sonst wäre es kein Hashtag. Und auf Lösung und Verlosung. Wie gesagt, am 19. Juli 21 Uhr. Merkt euch das? Hört bitte zu und fragt nicht jeden Tag fünfmal, wann losst du das aus oder wann wird das aufgeklärt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Muss ich mal gucken, wie ich das nenne. Nein, das ist ja trotzdem ein, ein kontinentaler Account, ja. Ja, das machen wir schon irgendwie. Auf jeden Fall danke an Soko, dass er damals die Sachen gefangen hat und dass er das da bereitgestellt hat. Grüße gehen raus, wo auch immer du bist, Bruder. Wir denken an dich. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.